so und ich habe ja gesagt wir sehen uns hier wieder wenn es in den dschungel geht wir haben ein bisschen gefarmt könnte man sagen war leider nicht unbegrenzt aber wenn wir jetzt mal hier reinschauen wir haben jetzt zufällig auch den mit 120.000 120 schuss konnten wir gleich ein bisschen aufrüsten außerdem haben wir ein kiete uns hier diese lightweight armor für 35.000 genauso wie die eps gold card für 40.000 ihr merkt schon es war nicht ganz schlecht allerdings ließ ich das ganze nur zwei mal machen also jedes gebiet durch zwei mal lernen wobei jedes gebiet natürlich irgendwie so 30.000 gegeben hat ja gut wir kommen jetzt wieder in den dschungel den kennen wir ja schon wir müssen da wo das gift unten ist wir haben ja die gasmaske gekriegt also eigentlich dylan aber schön wenn wir sie mit regina benutzen können ich mag das maschinengewehr irgendwie mehr als diese aber da fällt mir ein sub weapon da wechseln wir noch mal als dieses schwere maschinengewehr oder auch die warum ist das ding eigentlich rot das war das wort am anfang blöd ist ne ja jetzt ich guck mal auf die karte was denn überhaupt das glückste ist wo wir jetzt lang gehen müssen military facility müssen da und müssen wir runter das heißt das ist sogar das glückste wenn wir jetzt hier so durchgehen glaube ich das ist nur da kriegen wir jetzt alles was immer irgendwie waren das sogar eine lockt door area way to the city edward city petroship ja und ja gut hier sind wir auf jeden fall wieder wir müssen durch diese lockt door durch das kriegen aber hin und dann geradeaus eigentlich nur kann ja das große problem sein oder wie sieht edward oh nein wie praktisch ist die tür auf ja gut aber hier sind wir ja prinzipiell auch schon mal gewesen also ist das ja nicht ganz unbekannt das müsste prinzipiell der weg gewesen sein naja doch nicht oder wo die sich am anfang getrennt haben hier ich weiß dass wir hier auf jeden fall auch eine dinofile gefunden haben meine ich wo bleibt das viehzeug wogegen die ist wahrscheinlich die schwerwaffe tatsächlich ach fuck ich wollte mich drehen und dann das ding machen das hat nicht so ganz hingehauen muss ich zugeben ja ja da werden die eigentlich stärker ja alter vater ich möchte mich jetzt von denen auch nicht töten lassen wenn ich ehrlich sein soll aber ich muss ganz ehrlich sagen ich glaube hier bringt mir der doch ein bisschen mehr wegen diese schwächeren dinos sag ich mal ich bin natürlich auch mal gegen wer von ihm die möchte ich jetzt noch mal ausprobieren sie ganz nett aus sie ist aber mehr so eine art granatwerfer würde ich bald sagen tut es auf jeden fall gut dass wir da ein paar schutz von gekauft haben wir haben aber auch noch relativ viele points über ich sag mal da wäre wohl so viel was glaube ich gar nicht mehr 20.000 oder so oder das doch hätte ich nicht gedacht da durch dieses buschwerk ja dreh dich doch oben mann doofe nuss ja habe ich noch mehr mit abgeräumt das sind ein halt wollte auf die karte gucken so wir haben es bis hier geschafft wir müssen hier einfach max wie bin ich denn jetzt da dschungel da geradeaus durch ne nicht abbiegen geradeaus durch sehr gut durch ach genau da kommen wir in diesen wald der poissnuss war also mit dem wir da ausgebrannt haben und dann genau dann ging es da an der einen seite runter aber prinzipiell dann doch auch nicht das ist schön hier braucht irgendwie aber jetzt ballern wir die kleinen hier auch schon damit ab aber das macht mir irgendwie so überhaupt nichts da war doch noch einer oder? nicht? ah ne was ach so der ist damit habe ich keine primärwaffe mehr äh keine sekundärwaffe mehr genau der ist zweihändig richtig wenn da nix kommt dann wollen wir hier mal runter ne mit gasmaske aufregend poisten gas area ich hoffe die setzt die jetzt auch selber auf sehr gut you have put on the gas mask ja ist ja wohl besser lauern hier denn auch vier sich da eben umgehen bis jetzt sieht es noch relativ ruhig aus aber das kann natürlich auch trügen das ist ein level design hübsch hübsch ja ist natürlich nicht so spannend wenn nicht so viel gegner kommen ne aber da geht es in diese facility da ist wahrscheinlich dann nicht mehr so giftig drin und dann kommen auch wieder Gegner hm sag ich ja oh da ist erstmal ein speicherpunkt sexy 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 shop weapon gibt es noch nix wieder wir haben 37 äh 32.000 sehen wir gerade hier gibt es auch nix neues so jetzt müssen wir den kollegen natürlich auf jeden fall nachladen das machen wir dann auch dementsprechend ähm ja gut den können wir auch nachladen wenn wir schon mal dabei sind das ist jetzt wahrscheinlich nicht so wichtig äh ne das lohnt sich auch nicht naja also das hat sich auf jeden fall gelohnt die die points zu farmen jetzt sind wir eigentlich auf einem ganz guten Stand dass wir nicht zu knapp munition haben und wahrscheinlich mit dylan dann auch noch ein paar punkte über haben um dann da auch nochmal einkaufen zu können liegt da noch irgendwas diaries and other things also research stuff are scattered everywhere scheint nicht so viel da zu liegen obwohl da das rote leuchten in der ecke vielleicht irgendwas nein das ist dasselbe sehr gut schön dass wir nochmal geguckt haben um sicher zu gehen ähm ist eine grün beleuchtete Tür warum tut sie das das ist in the shuttle for bringing in the large waste ja ok muss wichtig sein wenn es eine grüne Tür ist launch site ok erinnere ich mich grad so ein jurassic park da gab es doch auch diese äh wie ich es im schieß doch schön dass die sind auch zu ziel suchen da kann man schon mal was mit abräumen oh in the control device to operate the power machinery ja gut äh net zu wissen das ist schön dass wir da brauchen ein bisschen sehr lange zum schießen muss man feststellen möglichst früh ballern wenn es denn irgendwie geht so da kommt auch noch einer kann sich auch eine Nummer ziehen noch ach komm geh weg nicht getroffen ey so ein Tunnels ey oh fuck also so schnelle rollenmoves gibt es hier nie muss man sagen können ja wunderbar toll ja und du bist auch doof naja egal hauen wir uns noch mal so ein mittleres mad pack rein ja wir haben ja immer noch viel große und rescue pack das ist alles noch wir haben schon lange nicht mehr geblutet ich glaube das hat ähm ähm ich weiß gar nicht hat das diese Schutzweste verhindert ich hab's boah leck mich schmeißt der mich durch die Landschaft der macht jetzt nicht zu viel Schaden aber ähm boah das ist alles nur weil ich hier in die Ecke gucken wollte jetzt schieß ja ja Dinos gibt's hier auch genug ja Dinos gibt's hier auch genug warum schießt du denn dran drüber hier der steht doch direkt vor dir kann doch nicht wahr sein einmal die Treppe runter und dann können wir gehen obwohl wir einmal Schaden gekriegt haben und die machen gar nicht so viel ist dann eh wo ist da wollen wir uns ja gar nicht drüber aufregen ähm okay das sieht ja so ordentlich aus das werden wohl keine Dinos kommen okay there is something behind the monitor you found a new dino file jawoll Gigantosaurus okay das klingt schon mal sehr sehr vielversprechend für die nächsten Folgen Giant Lizard länger als 20 Meter und höher als 7 Observation Record there exists Dinosaur much larger than the T-Rex such a rumor spread among the soldiers the search for it began three years ago there have been no sightings however last summer deep in the jungle a dead T-Rex was found with huge teeth marks on its throat the rumor was not going to end just the rumor not for a while combat notes there is nothing known about the attacking behaviors this can mean two things one is that no such Dinosaur exists two is that every soldier who did encounter it have disappeared without a trace soldiers who strayed away from the troop approximately 70% of their bodies have not been found judging from this we cannot ignore the fact that there just may be a gigantic Dinosaur who have swallowed our man whole anyone who has seen the giant never lives to tell about it ja das ist wirklich sehr sehr vielversprechend this is one of you will you operate it klar wollen wir das operat you got the third energy disk das klingt sehr gut all the computers are covered with dust yes aber third energy dings das klingt doch schon mal sehr sehr gut und with the shield shutter activated you cannot go in okay dann müssen wir das mal runter fahren irgendwie oder muss ich da die third energy there is no need to operate it anymore ja aber da müssen wir doch nicht die third energy disk nehmen oder ne und er hat mich jetzt auch gewundert okay raus gehen können wir ja aber das kann uns eigentlich nicht viel bringen oder warum heißt das eigentlich Launchzeit das ist du wieder du wieder persistente nicht du 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich wäre da ja auch wieder reingegangen. Okay. Es kann sein. Der T-Rex ist bereits... Attack auf Missile Launcher confirmed. Activieren die Emergency Interception mode. Missile will launch in 10 Minuten. Evacuate immediately. Der Computer hat nicht funktioniert. Das ist nicht gut. Wo ist das Kontrollpanel für das Missile? Es ist in der Krieg. Ich gehe in und schlafe den Kontrollen. Du gehst und evacuate. Okay. Er geht sich jetzt selber evakuieren? Kann ja nicht so lange dauern. Hätte ich jetzt so gesagt. Geht. 4, access routes to missile launch are closed. You have 10 minutes to disarm the emergency interception mode. Oh, hä? Es gibt tatsächlich realistische 10 Minuten anscheinend. Das bedeutet, dass diese Folge heute ein bisschen kürzer ausfällt. Also denke ich jetzt so, nein, 10 Minuten gigantischer Dino, nein. Doch. Wir sehen uns morgen hier wieder. Oder morgen vielleicht, ich weiß es nicht genau. Ich habe mir noch keinen Sendeplan überlegt. Nein, scheiße, jetzt kann ich nicht sagen, wann man sieht das nicht. Ja, auf jeden Fall zur nächsten Folge. Ihr wisst jetzt schon, ihr wisst schon mehr, wann die nächste Folge wiederkommt als ich. Das ist gut, ne? Also, schaltet ein. Ihr wisst, 10 Minuten Riesendino. Es wird super. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.